Toller Eishofel hat geschmolzen Penguin Paradise Ach, die Map, ok Oh, Penguine Netfusion bau gleich 2 Raffinerien und die eine rupst du dann weg Dann hast du 2 Harvester Ok, ist das der Trick? Ja Ist nicht verkehrt Hat sich bis jetzt bewährt, ja Aber Rentiert sich das überhaupt? Achso, ja klar Rentiert sich das wegen dem Du musst halt kein Motorpool vorher bauen Und du kriegst ja 300 zurück, ne? Also zahlst du nur Du kriegst nur den halben Preis zurück Das heißt, du zahlst 50 mehr für das Ding Aber dadurch, dass du keinen Motorpool bauen musst, ist es wieder Das ist von vornherein die Kohle Einigermaßen konstant Ja Wo ist das Ding da? Ich hack da jetzt auch gleich mit nem Kraftwerk zwischen Dass ich gar nicht erst in dieses langsame bauen kann Barrax komplett Warte mal an Ich brauch aber erstmal ein paar Einheiten Zum aufklären Nein, die Produktion steht Kacke Uuuu Alter, der Rot ist schon hier Was ist hier los? Nein! Oh, wer nicht Komme, ich komme Wo ist der Harvester? Wo ist der Harvester? Wo ist der Harvester? Wo ist der Harvester? Komm her Komm her, Dicker Hallo Mach sie platt Die Medics, komm Ich den auch nicht weg Und da kommt noch mehr Ich jag sie mit dem Harvester Da ist natürlich alles unschön gelaufen hier War rothart oder insane? Ich weiß es nicht genau Macht auf jeden Fall Macht er gut Druck Der Bursche Ich glaube ich muss gleich mal hier ein bisschen Energy bauen Da fährt ja auch irgendwie ein Ding ins von ihm durch Ein Harvester, oder? Wo? Irre ich Ich sehe nicht, was du meinst Wie kannst du nur Energie so weit da vorne bauen? Ich? Du musst einfach nur deine Gebäude ausdehnen Also quasi immer in die Länge bauen Ja Guck, da fährt ein Harvester von ihm Sehr schön Ja komm her Ach guck mal, das ist der Komm, die großen Brüder Ach du Scheiße Mach den Harvester platt, bevor er uns platt war Ärger dich nicht zu doll, Hügi Oh nein Der versucht mich platt zu machen Die dumme Sau Ja, da ist der Harvester von ihm da hin Ja Jetzt müssen wir doch verteidigen hier Ja Scheiße, ich bau ja gar keine Einheiten mehr Was soll das denn? Oh, bei mir wird's gleich zappeduster, wenn er da die Energie wegschießt War nicht so schlau, die da hinzusetzen Ups, da ist der Turm aus Ein Kraftwerk, wo ich vielleicht da hinten hinbauen Netflix in Komfort mit deinen lila Boys Jo Nur wegscheuchen, nicht hinterher rennen Mach die nicht böse Da ist wieder ein Harvester Ja Power Plant complete Oh, da ist ein Teddy Oh, ärgert die nicht Bauen Tag Lab Das baue ich aber auch hinten hin Scheiß drauf Ich dehne mich aus mit Türmen Ne, baue Dinger Motorpools und so'n Kram Ja, oder das Ich hab zu viel zu viele Ressourcen Ich hab halt tausend Tausend? Ja Das ist natürlich viel zu viel Oh mein Gott Wohin noch mit deinem Reichtum? Oh mein Gott Ich tu mir wirklich Du kannst vielleicht mal Die Panzer wegschießen da? Ja, der fand ich Harvester Tun wir in der Base Sind die doof? Piss dich Mutterpool, äh Was wollte ich bauen? Mutterpool, genau Panzer Oh, da kaut der blaue Oh Konstruktion Oh 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 man Was Feines Ding Ich baue jetzt Panzer im Akkord Alles Konstruktion Ich find es aber nicht gut Dass Rot mir hier meine Ölquelle wegfarmt Ja, bei mir auch blau Der Gierige hier Das ist mein Öl Ich hab ja da auch noch was Mh Was bin ich blöd Er kommt mit dem Harvester und fährt meine Infanterieplatte so Was wolltest du sagen? Oh blau bei dir unten Das geht noch Das mag der irgendwie nicht, wenn ich auf seinen Harvester schießen Da kommt der immer gleich mit so einem Kann ich gar nicht nachvollziehen Oh Low Power Das mag ich nicht Da die scheiß Artillerie, ne? Ist die auch schon wieder am Start, oder was? Unklar Konstruktion Harvester unter Attack Alter, er schießt auf meinen Harvester Ach der baut sich ja hier oben schon hin Ist ja seine Base Kacke Tschüss Red Fusion Weiß nicht, ob das jetzt schon so eine gute Idee ist Noch nicht angreifen Noch nicht angreifen und wir sind mitten drin Aber wir können ihm ein bisschen was wegschießen, ja Krass Ja, wenigstens die Raffinerie, komm Hm, feines Ding Alli unter Attack Oh, gelb kommt hier Oh, gelb kommt hier Hm Ähm, Motorpool, Motorpool, Motorpool Konstruktion Konstruktion Ah, wir müssten, ich müsste mal langsam Luft bauen Alli unter Attack Motorpool Komplett Konstruktion Blau geht auch und möchte ich Gas jetzt hier Ja, deswegen ist es wichtig, dass wir Rot jetzt weg machen Ad Fusion, hast du noch ein bisschen Unterstützung für mich? Ja Ich halte Blau noch mal geschafft Das ist bei Orange, oder? Achso, Orange, ja, was auch immer Oh, da kommt Gelb Das könnte jetzt knapp nehmen Ich hab nichts gegen Luft Radar Komplett Radar Konstruktion Jetzt können wir den Orange Wenn du willst Hm Er kommt nur noch mit Harvester an und fällt alles zu Bruch hier Ja Air Control complete Ja, Orange schon mal geplattet, glaub ich Das war, glaub ich, die normale KI, kann das sein? Wahrscheinlich, ich glaub, die Insane hast du ja an mir platziert, ne? Ja Ja Ja, da kommt Gelb wieder mit Helis Alter, die in Die scheißen Dreck Artillerie Jetzt ja schrubbt alles Wir haben Orange aber weg Oh, jetzt wird's aber eklig hier Du bist ja das Ja, der ist ja Du bist ja nicht Oh, da ist ja mal ein Gerät Ja, das ist ja das ist ja Ja, das ist ja Alter. Den Knopf wir uns als nächstes vor. Blau. Die werden sich gerade ein bisschen. Ich schneide Blaues mal ab von den Ressourcen hier. Konstruktion. Oh, da kommt ne Heli rüber geflattert. Erstmal 24 Panzer bauen. Turret complete. Konstruktion. So. So. Produktion löft. Brauche ich noch Helikopter? Jetzt kann man endlich wieder Einheiten sammeln, wenn kann die Nukes kommen. Ja, der Blob des Todes ist bereit. Konstruktion. Noch nen Motorpool bauen. Auf gehts. Oh. Klein auf. Attacke. Netfusion. Bei ihnen wird's finster. Ein kleiner Stau. Tch. Fräsen uns einfach durch. Ja, das ging schnell. Insight in the brain. Einfacher als ich dachte. Tja. Das war easy. Das war easy. Tja. 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 Tja.